Der Gefangenen-Sammeltransportwagen der Deutschen Reichsbahn war zu DDR-Zeiten ein spezieller Reisezugwagen zur Verlegung von bis zu 90 Gefangenen zwischen Haftanstalten. Es war ein normaler Reisezugwagen, der von Strafgefangenen der Strafvollzugsanstalt Brandenburg für den Transport von Häftlingen umgebaut wurde. Politische Gefangene der DDR nannten die Transporte per Bahn bald Grotewohl-Express. Otto Grotewohl war der erste Ministerpräsident der DDR von 1949 bis 1964. Der Transport von Häftlingen mit der Bahn hatte seine Anfänge im 19. Jahrhundert. Selbstverständlich war es für Polizei und Justiz bequemer, Häftlinge mit der Eisenbahn zu verlegen als mit Pferdekutschen. Anders als in der Bundesrepublik, wo die Gefangenentransporte Mitte der 1950er Jahre aus Kostengründen nur noch mit Kraftfahrzeugen erfolgte, hielt die DDR an dem vergleichsweise langwierigen und demütigenden Verfahren der Verlegung von Gefangenen mit der Eisenbahn fest. Dafür wurden Zellenwagen an normale Reisezüge gekoppelt, die nach festgelegten Routen die Orte mit den Strafvollzugseinrichtungen anfuhren. Im Innenraum verfügte der Gefangenentransportwagen über 18 Zellen, einem Isolationsverwahrraum sowie ein WC für Gefangene. Die Fahrten waren aufgrund der engen Platzverhältnisse strapaziös. Bis zu fünf Personen, Jahre später reduziert auf vier, mussten sich die circa 1 Meter langen und 1,34 Meter breiten Zellen teilen. Die Fenster waren mit Milchglas ausgestattet und vergittert. Die Wagen wurden an normale Reisezüge angehängt. Die Fahrten zwischen den einzelnen Gefängnissen dauerten wegen der speziellen Routenführung oft unverhältnismäßig lang. So dauerte zum Beispiel die Fahrt vom Gefängnis in Plauen zum Gefängnis in Riesa, das sind circa 150 Kilometern, drei Tage. Für die Angehörigen des Strafvollzugs, die den Transport begleiteten, waren ein Schreib- und ein Ablagerraum, ein Aufenthaltsraum, ein Wirtschaftsraum, eine Küche, ein Ruheraum sowie ein eigenes WC vorgesehen. Mit der Wende endete die Nutzung des Gefangenentransportwagens in der DDR. Am 1. Januar 1994 gingen die Fahrzeuge in den Besitz der Deutschen Bahn über. Auf Betreiben ehemaliger Häftlinge der Justizvollzugsanstalt Bautzen wurde der letzte erhaltene Wagen unter Denkmalschutz gestellt und restauriert. Dieser kann heute in der Gedenkstätte Berlin-Hohenschenhausen besichtigt werden.